Ja, ich setze mich dafür ein, dass ich überall im öffentlichen Raum singen darf. Ich denke, es ist eine Form der Freude, der Meinungsäußerung und der Schanze ab Begegnung. Und leider reagieren an die Leute. Pack ich die Gitarre aus, schmeißen sie mich gerne raus, wendet sich beleidigt ab. Warum sind die wohl verkraft, jetzt erst richtig loslegen? Musik muss bewegen, spendet Segen, Befindlichkeiten verblühten. Schau mir nicht ins Gesicht, Freude hat kaum noch Gewicht. Fürchten müssen was geben, so ein geistiges Leben. Jetzt erst richtig loslegen, Musik mag bewegen, spendet Segen, Befindlichkeit verblühten. Es muss sich ja nicht rechnen, will gerne mit ihnen sprechen. Doch fühlen sich belästet, doch fühlen sich belästet, in Ignoranz gefestigt. Jetzt erst recht loslegen, Musik mag bewegen, spendet Segen, Befindlichkeiten verblühten. Am liebsten mich verblühten, soll meine Zunge zügeln. Der Künstler ist nichts mehr wert, nur Konsum wird verheert. Doch es sind nicht alle so, viele macht die Musik froh. Enttäusch und mal verpaffen, gibt's schon manche Affen. Bei mir pack ich die Gitarre aus.